Sagt ihm immer mal bitte, wer von euch am schwersten beladen ist. Ich glaube, es sind alle. Oder ist irgendwer auf Light? Nee. Spanier mit Stings-Fertigkeiten vielleicht? Haben wir keinen dabei. Okay. Dann, wer von euch hat am meisten Light Conditions? Null. Wer von euch hat am meisten Corruption? Null. Fünf. Oha. Das tut mir jetzt fast leid. Amrita, du hast etwa 0,2 Sekunden, um zu reagieren. Ihr alle habt 0,2 Sekunden, um zu reagieren, was natürlich genug ist. Dann bricht der Schnee auf und unter ihm windet sich eine gewaltige schwarz-graue Form hervor und greift mit einem riesigen Maul Amrita und verschlingt sie. Urgegen Amrita, dass ich natürlich gleich wehren darf. Ihr habt alle so ein fieses Ding noch nie gesehen, was euch ein wenig seltsam vorkommt. Moment, Daru, ich bin like the wind und ich hab Backup. Ich darf immer zuerst reagieren. Gleich, gleich, gleich. Denn ihr kennt diese, die, die Truppen der Untoten eigentlich mittlerweile gut. Außer Hayate. Hayate sieht ein einziges blindes Auge unter einer geschubbten Braue und weiß ganz genau, mit was ihr es hier zu tun habt. Gut. Ich möchte Amrita gerne da wegziehen, denn ich bin, wie gesagt, like the wind. Genau. Ich versuche sie zu beschützen mit einem Prowess Resist. Kannst du. Okay. Dann nehme ich. Sag mir erst, wie das aussieht. Ja, ich sehe, dass aus den Augenwinkeln sich etwas um sie herum windert, sich der Schnee bewegen. Nein, nein, nicht um sie herum windert, das ist ein riesiges Ding. Das ist ein Maul größer als ein Mensch. Ja, ein riesiges Maul, ein riesiges Maul, das sie praktisch einlässt. Du erinnerst dich? Ja, achso. Kann ich sie nachher beiziehen? Ich hab sie nicht mehr, aber das ist die Schlange, die ihr eben gewonnen hat, zurückgelassen habt. Alles klar. Ja, dann packe ich sie am Schlawittchen und reiße sie mit mir in einer Hechtrolle weg davon und rolle mich ab. Okay. Mit ihr zusammen. Dann Resist. Einen Stress. Ihr beide landet unbequem auf dem Boden und es presst euch die Luft aus den Lungen, als die Schlangenform sich entwindet unter dem Schnee heraus, unter dem sie hier getarnt war und kleinere Lawinen das Tal herunter auslöst von dem ganzen Schnee, den sie hier überall verteilt. Habe ich eine Chance, der Schlange den Sprengstoff ins Maul zu werfen, die Granate vorbei zu zünden? Ist ja nur eine Frage. Und dann müssen wir praktisch weg, weil es die Schlange zerreißen wird, den Hang mit im Gleichen oder nach ein paar Sekunden. Dann müssten wir uns praktisch hier den Hang mit runterrollen lassen. Also es könnte für uns schlimmer ausgehen. Aber ihr müsst immer noch den Hang absprengen. Ja, ich hoffe ja, dass das passiert. Das ist so riesig. Wenn die S&D runterrutscht, dann nimmt die den Hang mit. Wenn die runterrutscht. Okay, aber wenn sie runterrutscht. Naja, die Sprengung sollte dann funktionieren. Also ich zünde die Granate, die automatisch hochgeht. Wir haben ja selbst zündende Granaten. Aber das ist nur eine Granate. Ja, und da ist der ganze Sprengstoff dran. Das ganze Bündel, auf Deutsch gesagt. Okay, das ist Deathsworld Null-Effekt. Die Schlange ist riesig und ist weit von dir weg. Und du musst ja diese super schwere Bündel da irgendwie im richtigen Moment hochschmeißen. Ich würde das pushen und hast du nicht gesehen. Sie konnten mir das runtergefallen. Aber es startet erst mal auf Null-Effekt. Weil du kannst, das Bündel, das ist so schwer, du kannst es nicht so was machen. Also ich könnte das nicht in der Maul werfen, auf Deutsch gesagt, als die da am Rita verschlingen wollte. Nein, aber dann nicht. Nein. Aber die ist jetzt, wie gesagt, die ist jetzt draußen und die züngelt irgendwie in eure Richtung und wendet sich und fixiert euch so. So langsam, aber hier kommt ihr alle in das Sichtwürft und ihr habt einen guten Auge, die zu eurer verschiedenen Seiten des Kopfes sitzen, was ein Raubtier ist. Halt. Mit beiden. Sie ist mittlerweile komplett irgendwie schwarz-dunkel-grau geworden, weil Breaker sie in die Finger gekriegt hat und all solche Sachen. Mit meinen beiden guten und glimmenden Augen fixiere ich die Schlange Djar al-Buttar. Ja, und ich würde meine Waffen bereit machen. So, also haben wir eigentlich nur eine Chance zu kämpfen, weil alles andere bringt nichts, sagst du uns also, weil die will uns ja nicht besitzen. Tja, hätten wir so mal getötet. Die Vipers gegen die Schlange ist doch perfekt für Hayate. Zum zweiten Mal, ja. Haben wir ja die Schlange nicht schon getötet irgendwo? Nee, die haben wir verletzt, aber das war's. Vertrieben. Das hätte exakt gar nichts geändert. Wir haben jetzt eine untote Schlange, wir hätten auch sonst eine untote Schlange gekriegt. Die ist nicht untot, oder? Okay, da bin ich so sicher. Doch, sie ist schwarz. Die Schlange ist untotot. die ist schwarz. Die muss untotot sein. Ich dachte, Schreya hatte der an den Kopf abgehackt. War das nicht so? Nein. Nein. Ihr habt sie ja sehr speziell am Leben gelassen. Richtig. Okay. Aber Breaker hat sie nicht am Leben gelassen. Wir haben ja darüber mal diskutiert, denn die Devourer zählen ja auch als untot. So, nach der selben Logik muss die Schlange eben so untot sein. Genau. Shit. Ja, auf jeden Fall, Hayate verliert sozusagen erst sämtliche Farben im Gesicht und dann wird sie zornes Rot. Du! Sie fängt an, mit ihrer Pistole auf das Vieh zu schießen. Mit Blackshot. Okay, was tun die anderen? Am Tag klaucht ihre Pistole aus dem Schnee. Könnte es? Nein, wenn die anderen schon schießen, hat es keinen Sinn, in irgendwelche Richtungen zu rennen. Aber nicht sterben ist immer ein guter Effekt von wegrennen. Also ich möchte eigentlich versuchen, das Explosionsbündel an seinen Ort zu bringen. Also die anderen können gerne schießen. Ich möchte zu der Stelle um die Ladung, dass ich wenigstens den Berg runterreiß, ob es uns dann mitnimmt. Damit muss ich dann leider leben. Okay, das klingt vernünftig. Amrita ruft. Verschafft Arim ihr Zeit. Lenkt sie ab. Ja. Erkana hat einen langen Speer. Das ist ja ihre Waffe. Ich würde gerne eine erhöhte Position suchen und dann von oben auf die Schlange drauf springen und ihr in ihr eines noch Auge stechen. Das klingt erstmal wie eine Setup-Action. Eine Manöver. Ja. Wenn du sagst Manöver, dann gehe ich da auf jeden Fall mit. Ja, klickt noch eine Manöver für Setup-Action. Ah, das ist erstmal Risky nur. Mit, wie sagt er, auf einem Berg, Standard-Effekt. Alles klar. Aber hier gibt es immer irgendwelche Höhen und Felswochen hast du nicht gesehen. Ja. Währenddessen Adrimir? Ja, Renner. Ich renne zu meiner Position, die ich ausgesucht habe. Also ich muss währenddessen Amrita. Amrita rennt in eine andere Richtung, denn das Vieh war ja offenbar an ihr interessiert. Damit die Schlange halt sie fixiert und nicht Adrimir. Oh, du möchtest, dass sie sich weiter auf dich fixiert. Da möchte ich irgendeine Probe für haben. Unterdessen Hayato, was möchtest du erreichen? Die Schlange töten. Ich möchte sie verletzen. Ich möchte sie verletzen. Das Desperate No-Deffekt. Ich möchte sie einfach verletzen, ich möchte sie schießen. Das ist Desperate Limited-Effekt. Mit Blackshot Standard-Effekt? Yes. Wie nah ist die dran? Also wenn du die nachher schnappen konntest, das shoot oder skirmisch? Die ist auf... Mal kurz schauen, was Amrita tut. Vielleicht lenkt die die Schlange genug ab, dass sie shoot wird. Nein, dann möchte ich vorher schießen. Ich möchte skirmischen. Okay, dann ist es so wie es soll. Skirmischen kannst du hier immer. Okay, also es ist... Desperate Standard oder Risky Standard? Ah, Desperate. Desperate, gut. Ich glaube, da möchte ich mich furschen. Right. So, währenddessen bei... Achso, bei Arcana. Du kannst halt drauf springen und mit einer Hand kriegst du irgendwie eine Schuppe zu fassen, aber du kriegst halt keinen richtigen Sitz, sondern du hängst da jetzt so an ihrer Seite, während sie den Kopf hinter einem Rieter her schwingt und musst dich festhalten, right? Das ist deine neue verzweifelte Position, in der du bist. Okay. Du kannst sie natürlich widerstehen. Das ist die Konsequenz. Limited Effect. Äh, ist das... Ähm, Click the Prowse, oder? Click the Prowse für mich. Dann resiste ich auf Prowse und mache mein erstes Trauma. Okay, dann... Autsch, wirklich? Das ist aber schlecht, weil dann traumast du jetzt alles. aus der Szene raus. Ach so. Ach, fuck. Hast du exakt nichts gewonnen. Ja, das war dumm. Ja. Ich habe vergessen, dass ich aus der Szene raus traue. Hätte es eine Möglichkeit für dich gegeben, diesen Resist zu schaffen, ohne zu trauen. Ja, mit einer 6. Mit einer 6, ja. Bin ich eigentlich nicht... Oder mit einer 5. Dann bin ich eigentlich nicht für zurücknehmen. Das war ja realistisch möglich. Nein, nein, nein. Ja, eben. Okay. So, Erkaner wird... rutscht ab und landet mit dem gesamten Gewicht ihrer Rüstung irgendwo im Schnee und hinterlässt eine perfekt heavy-firmige... heavy-firmige Abbruch da drin, wo sie irgendwie einen halben Meter in den Schnee reindrückt. Und sie muss sich da erstmal rausfriemeln, bis dahin ist die Szene um. Eine Frage. Zählt hier Like a Wind? Like the Wind? Was macht Like the Wind? Plus 1 auf Prowse Resists? Ja, stimmt. Ich kriege da noch einen Würfel. Nein, auf aller Prowse Resists. Nee, ja. Auf alle. Ja, definitiv. Dann kommt noch ein Würfel hinterher. Nein. Schade. Hätte mir aber nichts gebracht. So, Amrita. Du hast dich mittlerweile entschieden, was du tun möchtest. Warte, du kannst dir mal... Hayate trifft. Ich weiß. Ich hab das im Kopf. Okay. Ja, Amrita sieht ein Setz, dass jetzt auch noch ihr Kana von dem Schlangenkopf runtergeschüttelt wird und sie sieht quasi schon, wie... Zu dem Zeitpunkt bist du schon in Bewegung. Das passiert alles gleichzeitig. Ich glaub, nur hast du dich entschieden, was du würfeln möchtest. Was du tun möchtest, hast du ja schon gesagt. Oh. Ich denke, es ist ein Sway, dass sie sich in die Richtung bewegt, wo ich möchte. Gehe ich auf jeden Fall mit, mit Standard-Effekt. Effekt hier being, sie wendet sich vom Rest des Teams ab. Du darfst ein... Warte, Setup-Action... Kann Setup-Actions auch Würfel geben oder nur Effekt? Setup-Action entweder Position oder Effekt nehmen aus Hayate Setup-Action, während sie auf die Schlange feuert. Weil das lenkt die ab, right? Okay, äh... Du stehst bei... Du stehst bei Desperate-Standard. Okay. Standard im Sinne von du lenkst die Schlange ab, schon, aber Desperate, wenn sie dich kriegt, ist vermutlich finito. Ja, dann lieber nicht Desperate, dann nehm ich das dafür. Okay. Und ich pushe mich für einen zweiten Würfel. Deine Position ist besser, das ist schon mal gut. So, du bist gerne drei Schritt weit gekommen und die Schlange schnappt zu und du versuchst dich darunter durchzuducken, aber der Zahn reißt einmal quer durch deine Schulter und glücklicherweise kriegt das Gift dich nicht, aber du gehst trotzdem mit einer Level-3-Wunde zu Boden. Ich habe Amor. Irgendwie kannst du benutzen und dann wendet sie sich, das war nicht Desperate, deswegen macht sie dich jetzt nicht fertig, weil sie ist ja für andere Dinge hier, wendet sie sich wieder fies zu Hayate um. Ähm, ich möchte... Ihr könnt so froh sein, dass Serenovic und Werber, der Typ, der ihm geholfen hat, nicht hier sind. Das war doch Schreyer. Der Typ, der ihm am Schießen geholfen hat damals. Die sind beide tot. Voyez und... Oh, es war Voyez, sorry. Okay. Egal. Kannst du kurz für die Story... Yes. Cronax? Eldemir würde aus dem Weg gehen, wie man das als Rookie macht, würde sich erstmal verstecken, weil er mit so einem Monstrum nicht gerechnet hat, würde dann irgendwann aber sich ein Beispiel an Hayate nehmen und mit der Muskete auf das Vieh schießen. Denkt immer, Weipers. Was würde Schreyer tun? Der Vieh ist Vorsprung. Nein. So, erstmal Amrita resiste. Ich habe es ja probiert. Also, ich resiste mit... Denkt wie Prows für mich, oder? Das war ja ein körperlicher Angriff, ja. Ja, wahrscheinlich. Also, Amrita macht so eine Rolle in den Schnee, um dem Ganzen auszuweichen und ich benutze meinen Grid-Use für zwei Zusatzwürfel und nehme auch Spaß. Amrita hat Grid. Richtig, sie war erst Soldat, bevor sie Doktor war. Aha. So, du kriegst fast ein Damage? Ja, es ist noch eine Level-1-Runde. Die kannst du dir ja sogar noch wegnehmen mit deinen Tonics. Ja, wenn ich die Zeit habe, das ist richtig. Ähm, okay, kannst du bestimmt unterdessen beatrimieren. Die Uhr tickt und zwar nicht die anderen Fernzünder. Die auch. Ist mir schon klar. Ja, die noch nicht, aber da kommen wir gleich hin. Ja, wie gesagt, ich renne so schnell ich kann mit meiner Ladung zu der Stelle, die ich auserkoren habe, meinen Sprengstoff an- oder niederzulegen, um ihn dort zu zünden. Mhm. Möchtest du dahin manövern? Das ist ein schwieriges Gelände. Dann möchte ich dahin manövern, äh, da die anderen heldenhaft die Schlange von dir fernhalten, ist das nur Risky-Standard. Risky im Sinne von, du könntest abrutschen und ich entweder aus dem Haul legen oder im schlimmsten Fall die Bergflanke runterpurzeln. Äh, Standard wie, weil du kommst hin. Das wollen wir mal nicht schaffen. In der Riesen-Hand in der vernünftigen Zeit. So, äh, leider kann ich mich noch nicht groß pushen, weil das brauche ich eventuell noch. Achso. Manöver ist halt echt der Killer-Skill, kann das sein? ne, ne, oder liegt das an meinem Stil? Ne, also ich habe schon eine Würfel da drin, aber E-Würfel ist eben nicht viel bei den ganzen Sachen hier, die wir brauchen. Wir haben mal sehen, dass man mit fünf Würfeln drei und drei und drei und fünf und vier hat. Ähm, die Frage ist jetzt noch mal ganz kurz. Ähm, wenn ich meine Sprengladung anbringe, meine Granate praktisch nutze als Zünder, würde das ja innerhalb von Sekunden hochgehen, da werden wir nicht wegkommen von dem Berghang. Ja, genau, das nimmt euch mit. So, also muss ich doch Zünder nehmen oder muss ich dann doch den Zünder aus einer gewissen Entfernung zünden? Yes, entweder musst du halt hinter dir eine Rolle mit Zündschnur abspulen oder wir haben ja bereits damals, vor langer, langer Zeit, ich glaube irgendwie in Sitzung 1 oder so, ähm, haben wir ja festgestellt, dass ihr Zeitzünder habt. Genau, so haben wir ja auch, also habe ich dann hier dran, da würde ich praktisch den Zeitzünder, ja, den Zeitzünder benutzen. Müsste ich da auch, äh, zum Zünden das machen oder wie, wie, wie ist das festgelegt? Muss ich da was würfeln, wenn ich diese Granaten mit Zeitzünder zum Explodieren bringen will? Oder diese Charges? Also das Ding richtig da reinkriegst, sehen wir dann. Jetzt geht es nur darum hinzukommen. Jetzt geht es darum hinzukommen. Ich habe eben nicht viele Möglichkeiten für Trauma nehmen zu können. So, also ich kann mich nur einmal pushen, entweder für Frack oder für Manöver. Gut, dann muss ich so riskieren. Dann versuche ich jetzt mich dahin zu manövern, egal wie. Okay, dann hör raus. Ja, leider nicht. So. Zwei Dinge passieren. Der erste ist, du kommst nicht hin, du fliegst irgendwie auf halbem Weg auf die Fresse. Unter dir rutschen ein paar Kiesel ab und du stolperst und versuchst, dieses Paket irgendwie in Gang zu halten. Sorry, in Balance zu halten, damit es nicht runterfällt, weil es natürlich explosiver Sprengstoff ist. und das kriegst du beides nicht hin, deswegen legt es sich einmal flach hin. Aber ich meine, es probiert nichts. Denkst du, und das ist die zweite Konsequenz, der kannst du widerstehen, bis du denkst, hey, was tickt denn hier? Und du merkst, dass der angebrachte Zeitzünder läuft. Außerdem klicken wir die Uhr einmal an. So, wie weit ist es noch bis zu der ungefähren Stelle? Ah, du bist nicht da. Ich bin nicht da. Warum hast du sie zweimal angetickt? Weil die ist die Konsequenz einer Risky Action. Richtig. Ah, okay. Ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt dem Ticken widerstehen und ihr könnt den Zeitzünder widerstehen. Nicht dem nicht hinkommen, weil das ist ja ein Effekt davon, dass du die Probe nicht geschafft hast. Tja, ich muss widerstehen, ansonsten geht das Ding hier hoch. so. Es war jemand anders, hat eine gute Idee. Wie die Rieses naja, ich, 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 ich muss widerstehen, das nützt einfach nichts. So, ich widerstehe, muss ich beiden einzeln widerstehen? Wie ist das? Was, was hat oder was passiert, wenn sie weiter tickt, läuft, 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 Zeitzünder weiter? Dann läuft jetzt jetzt Zeitzünder weiter. Was das bedeutet, I don't know, wenn wir dann die geht irgendwann hoch, das ist schon klar. Höchstwahrscheinlich nimmt sie mich mit und dann hoffentlich aber auch den Hang, wenn ich mich opfere. Ganz kurz, Eddie, wir haben noch überhaupt nichts gemacht. Vorschläge, ob du dem ganz widerstehen könntest. Nee, habe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Jemand anderes vielleicht? Ich glaube, ich bin gerade am Traumern. Ich bin, ich bin gerade im Kampf mit der Schlange, also ich kann da nichts machen. Also, ich habe nur zwei Möglichkeiten. Ich kann dem Ticken widerstehen, ich kann dem, was kann ich noch widerstehen? Du kannst der Uhr widerstehen. Nein, dem Fallen kannst du nicht widerstehen. Du kannst dem, dem laufenden Zeitzünder widerstehen und dem, der Uhr, die euch sagt, dass ihr zu spät seid. Ich ignoriere den Zeitzünder. Ich möchte versuchen, die Uhr aufzuhalten. Okay. Vielen Dank.